wir haben zwei möglichkeiten erstmal eine dass wir nach oben gehen das machen wir auf jeden fall und dann müssen wir überlegen was wir machen ich will ja noch rohstoff haben wir könnten also in in die höhlen wieder gehen oder ich gehe ganz unten in die mine und baue noch eine etage tiefer ich habe nämlich gehört da soll es noch mehr schätze geben je tiefer man geht desto mehr schätze gibt es nun gut das habe ich natürlich gewusst klar ich bin doch kein anfänger hier bei minecraft wenn ich mich manchmal so anstelle so die noch die stanz rufen noch weg hier diamant ja genau eisenschaufel ich will ja doch eisen haben ich habe da noch 44 dann bräuchten wir noch holz bretter oder besser gesagt stöcke oder nehmen wir so einen ganzen steckstock mit steckstock mit stück kohle ein bisschen noch obwohl wir natürlich und sicher einen ganzen haufen kohle finden eisen dann immer noch ein bisschen mehr mit nein ich werde folgendes machen ich werde unten bis ans ende der mine gehen und dann durchaus noch mal eine etage tiefer bis dahin wo das oder bettrock anfängt und dann müssen wir halt mal sehen was wir da so was wollte ich jetzt machen spitzhacken schaufeln zwei schaufeln eins zwei spitzhacken passt gerade sehr schön so naja das sollte auf jeden fall reichen was zu essen sollte ich vielleicht noch mitnehmen was haben wir denn noch ein bisschen rot kann ich mir machen zwei pilzzuppen ok nehmen wir doch mal die zwei pilzzuppen mit rote pilze haben wir noch äpfel kann man auch mitnehmen ich glaube dann sind wir ausreichend mit nahrung versorgt und jetzt reisen wir in den orient oder beziehungsweise in die exotischen minen herunter naja trotz des da hatte ich ja befürchtungen wenn ich hier im hintergrund musik an mache das dann die lex ein bisschen mehr werden aber anscheinend nicht er nimmt weiterhin bei 30 raps auf frames per second fps oder das heißt so was haben wir hier ist noch drin oder also war gar mit na gut ok wo sind wir jetzt hier ist eins tiefer und wir können eigentlich hier direkt noch eine etage tiefer gehen jetzt habe ich keine steinstufen mit kann ich mir aber basteln doch mal hier hoch basteln so ein paar kleine steinstufen da so natürlich nicht irgendwo klappert ein skelett aber heute werden wir wahrscheinlich mit den skeletten nicht allzu viel zu tun haben vermute ich mal so jetzt 1 1 1 fußboden hier deine decke 1 2 3 und schon haben wir wunderbar 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 mal gucken ob wir hier auch dann in der richtigen höhe sind einmal einmal das ja das ist doch schon mal gut da haben wir doch fast unser kram schon wieder raus so ja stimmt da ich will nicht sagen dass das spielen mehr spaß macht bei musik aber es soll ja nicht ablenken aber jetzt hier beim minieren wir sind ein zu tief oder oder wie oder sind wir ein zu weit rechts oder was ist denn hier los ja ich glaube wir sind ein zu tief also fußboden 12 eigentlich nicht eigentlich müsste das hier richtig sein ist es aber nicht irgendwo habe ich mich wieder verrechnet ist auch egal machen wir den gang der drei hoch das wird jetzt unser hauptgang hier unten und ich hoffe dass wir da ordentlich was finden auf welcher höhe sind wir überhaupt f3 wir sind auf höhe 8 das ist schon mal gut das ist schon mal tief das ist schon mal tief gedacht aber auch mehr Lava als gedacht ja man muss schon aufpassen hier genau so dann werde ich nochmal hier hier ist der gang habe ich die gerade weggekloppt das kann doch nicht sein da die jagen schon seit tagen da rum oder was so dann mache ich hier mal folgendes werde ich hier hinter mal eine treppe auch noch nach unten bauen in der hoffnung hier ein bisschen was zu finden zum beispiel eisen ja so ist das schön so gefällt uns das so ich müsste jetzt dann hier einen rechts daneben lang laufen genau hier müsste dann da auf die treppe treffen da kommt sie schon wunderbar so immer etwas aber kohle habe ich noch keine naja naja Eisen ist mir auch erstmal etwas wichtiger genau Tango so und dann müsste ich mich hier noch nach unten graben das ist natürlich hier ein bisschen blöd ich muss also hier müsste ich dann theoretisch rechts herum ach hier ist überall da geht das gar nicht da ist überall dieses blöde Lava Kram da muss ich also gleich aufpassen wenn ich da rumkomme da da ja da 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 Untertitelung des ZDF, 2020